Und damit willkommen zurück. Schauen wir gleich mal, passt, 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 jetzt lasst mich nur noch mal ganz kurz gucken, ob auch wirklich alles passt. So, da ist es immer alles langweilig, muss aber sein, hilft nichts. Ja, okay. Okay, so. Hier sind wir jetzt, Wurmloch, Reise auf dem Weg, Titan springt, der schafft das schon noch. Und ansonsten baue ich mich jetzt hier ganz gechillt halt auf, ne. Alle Geschütze bereit. Was soll ich sonst? Na gut, dann untersuch mal. So. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Komm, seit, hat Feinde im Anflug erfasst. Zusätzliche Credits benötigt. Nicht ausreichende Metalle. Ach wirklich, ich kann es nicht mehr halten. Ja da, das, das sehen wir noch. Zusätzliche Credits benötigt. Vor allem, nachdem ich jetzt hier bin, dicke Schlacht, aber ich sehe nicht, wie ich das gewinnen will. Die hauen ja alle ab. Planetenentwicklung abgeschlossen. Bauwerk komplett. Bomber bereit. Das ist doch mal ein Bomber, oder? So, und was bombt der jetzt? Zugehört. Ich glaube nicht, dass... Obwohl... Gibt's im Weltall Wolken? Ich weiß, ich weiß, es gibt diese Staubwolke, oder wie die heiße, oder die Azeridenwirkung. Aber das hier schaut irgendwie zu hin. Die ist doch mal angeschlossen. So schaut's richtig aus. Aber wenn man richtig reinzoomt, die Wolken... Wir sind bereit! War das nicht so recht. So, wie ist das hier? Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Könnte ja nicht so super so sein, oder? Der Freund und Peter. Dann springen wir kurz dahin. Um das zu verteidigen. Muss ja sein, ne? Hilft ja nichts. Immer ganz schön vorsichtig zu sein. Ah, okay. Ja, das ist schon einiges. Da muss ich rübergehen. Er macht mir sonst alles kaputt. Und das muss er dann auch wieder nicht sein. So richtig viel scheinen die Gauss-Kanonen ja nicht auszuhalten, ne? Und der Schaden hält sich auch in Grenzen. Geht so. Aber die müssten demnächst weiterfliegen. Hört mal her, ihr Flieger-Asse! Der Kader von was ist einfach hier. Unsere Flotte wird angegriffen. Na, jetzt was? Ihre Befehle, Kommandant! Piraten sind unterwegs. Phasensprung auf mein Signal. Springt einfach. Bitte. Kommande an Deck! Läuft! Wer braucht Luftunterstützung? Also das Fenster ist offen? Jetzt. Oder? Keine Ahnung. Planetenentwicklung abgeschlossen. Doch, jetzt kommen sie. Zeit wird's. Bevor hier noch alles kaputt gemacht wird. Zeig den Weg! Gut, dagegen kann ich jetzt natürlich nicht viel machen, ne? Oder das hier wieder zerstört. Aber das kann ich mir da auch wiederholen später und gut ist. Genau, zwei davon. Vielleicht mal zwei so Robokreuzer. Die sind, glaube ich, auch nie schlecht. Noch mal zwei leichte Träger. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Da vielleicht noch mal ein Bomberträger. Ne, da sind die Refitenträger wieder da. Gut. Also, dass wir das hier sehr schön verteidigen können. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Es dürfte passen. Also, es sollte passen. Habe ich eigentlich umgeschalten? Ne, habe ich voll vergessen. So jetzt. Deswegen gucke ich mir da immer... Nee, 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 nee. Dafür wäre natürlich ein zweiter Screen viel besser. Aber, wie gesagt, gibt's nicht, passt nicht. Kein Budget, Pech, Cut. Das gefällt mir aber, dass wir hier richtig in die Falle reinwenden. Das ist super. Ja, der hat jetzt nur noch ein bisschen was. Das heißt, so eine ganz kleine Truppe bleibt hier. Ja, nee, die hauen auch ab, oder? Perfekt. Der springt direkt in den Sintverderben. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ich werde nicht versagen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das haben sie zerstört, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Okay. Phasensprung auf mein Signal. So, den Planeten bombardieren wir mit allem, was wir haben. Damit ist der nämlich dann auch schon mal wieder den Feind aus den Händen gerissen. Sowas ist immer gut. Weil ich glaube, dann kann er nichts mehr bauen, nichts mehr machen. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Na, so. So, das gehört mir ja nicht mehr. Hier. Ich muss die immer noch leben. Aber auch nicht mehr ewig lang. Irgendwann sind auch die kaputt. 180, 340. Ja, muss ich mal das warten. Macht aber nichts. Ja, und hier. Hier werden sie halt zerpflückt, die Gegner. Das ist halt eigentlich so. Alle Geschütze bereit. So. Ihre Befehle, Kommandant. Passt. Passt, passt. Ja, ich versuche jetzt hier das Zeugs einzunehmen. Dann hier den Pfad zu öffnen, dass ich hier rüber kann. Dann mit den Konstruktionskreuzern dicht machen kann. Es wäre zumindest der Plan, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche, würde man abwarten müssen. Aber es könnte klappen. Zumindest ist hier wirklich eine Menge Zeug vorhanden. So, machen wir das. Ihre Befehle, Kommandant. Das ist schon eine schöne Truppe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nicht ausreichende Metalle. Ein paar Raketenfregatten noch. Die E-Wald am Ende, ne? Ja. So, dann müsstest du jetzt eigentlich richtig schön draufbomben auf den Planeten. Ja, lang macht er. Ich weiß nicht, wie der Vulkanische. Unser Planet wird belagert. Oh nein. Wie schlimm. Oh, wie klein diese Jäger sind. Bis sie irgendwann explodieren. Bis sie irgendwann explodieren. Oder auch nicht. Hat der hier noch... Was hat der denn da noch? Man macht die Jagdgeschwader. Und was war es? Naja. Irgendwann wird es vorbei sein. Habe ich mich nicht mehr sicher. Muss das ja quasi, ne? Der Planet hält aber lange durch. Muss ich ihm ganz ehrlich gestehen. Das ist... Ja, schon ein sehr starker Planet. Mehr Kristalle benötigt. Ja. So, fast haben wir es geschafft. Fast sind wir maxed out. Zusätzliche Kredits benötigt. Mehr Kristalle benötigt. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Nein, nein. Und eine neue Kolonie wurde gegründet. Leute. Erforsch mal den Planeten mal. Vielleicht gibt es da irgendwas Gescheites. Sollte man zwar wahrscheinlich nie zuerst machen. Ist mir jetzt aber wurscht. Ich mach das jetzt einfach in Wurzeln. Was jetzt, Commander? Bereit für die vorderste Front. Ja, passt. Hast du noch einen Konstruktionskreuzer? Ja, aber der befindet sich gerade auf dem Abflugschuster. Nichts wertvolles wurde gefunden. Natürlich. Wie immer halt. Aber wir suchen zum Glück nochmal. Nicht ausreichende Metalle. Vielleicht finden wir jetzt doch noch was. So. Zivile Infrastruktur ist zum Kotzen. Wundert auch nicht wirklich. Die Piraten muss ich noch weghauen irgendwann. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Tja, ich kann auf die Piraten draufballern. Lustig. Na ja. Wir sind bereit. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Fliegerasse. Unser Planet wird belagert. Immer noch da unten. Aber den Schilden kommt die Jäger halt nicht vorbei. Das ist gut. Ich hoffe es zumindest. Na ja. So. Da fliegt der Sprengkart. Berechne Sprungkoordinaten. An alle. Vorbereiten zum Phasensprung. Bumm. Darin Entwicklung abgeschlossen. Oh. Phasensprung auf mein Signal. Sieht doch gut aus. Phasensprung auf mein Signal. Berechne Sprungkoordinaten. Seht mal wie heiß das Ding ist. Phasensprung auf mein Signal. Es glüht richtig. Und wir kommen der Basis der Piraten immer näher. bis es den großen Knall gibt. Und nochmal einen großen Knall. Und nochmal einen großen Knall. Ah, da kommt ja schon wieder der Titan, aber das ist egal. Dazu stehen wir jetzt an, was so gut ist. Wer braucht Luftunterstützung? Commander an Deck. Energie auf den Raumsprungantrieb. An alle. Vorbereiten zum Phasensprung. Es ist mir halt ziemlich egal, ob sie den Planeten jetzt bekommen oder nicht. Energie auf den Phasenantrieb. Es ist so, so egal. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Phasensprung auf mein Signal. Aber ich werde jetzt hier das Zeugs weghauen, damit damit Schluss ist. Und dann, dann, dann gute Frage. Phasensprung auf mein Signal. Feindliche Tropfen sind eingetroffen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Schwierig. Ihr Freund uns Helfer. Ich glaube, ich jetzt nachher ein Eis. Ich bin so müde. So komisch. Aber Eis irgendwie, so ein kleiner Powerschub, ist schon nicht schlecht. Vielleicht auch das Wetter oder der Heuschnupfen. Wer weiß. Unser Planet wird belagert. Das Lustige ist, ich habe schon wieder saumäßig viele Flotten-Dinger verloren. Total random, aber das ist so. Ich war Max und jetzt bin ich es plötzlich gar nicht mehr. Ihre Befehle, Kommandant? Aber ein Großkampfschiff dürfte nicht gestorben sein. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Weitere Forschung nötig. Das passt. Bereit für die vorderste Front. Nicht ausreichende Metalle. So, bauen wir mal und so. Ihr Freund und Helfer. Was hat's denn hier? Für die Koalition. Ach, der Titan, der kommt hier mal weit weg. Ich werde nicht versagen. Jetzt holen wir uns nämlich alles und dann ist gut. Ich würde aber gerne noch eine Aufklärer-Fregatte haben. Und mal bei der Piratenbasis schauen. Wenn die nämlich jetzt zerstört wurde, wäre das richtig schniki. An alle, vorbereiten zum Phasensprung. Energie auf den Raumsprungantrieb. Warte, damit könnte ich dann wirklich was anfangen. Energie auf den Phasenantrieb. Phasensprung auf mein Signal. Nicht ausreichende Metalle. Phasensprung auf mein Signal. Phasensprung auf mein Signal. Ja, ist schon teuer das Zeug. Ja, ist schon teuer. Ihr Freund und Helfer. Bitte in Zukunft wieder gesammelt springen. Zeigen Sie mir die Richtung. So. Bereit für die vorderste Front. Los geht's. Da hat es doch sicher wieder den Titan, oder? Der Befehle, Kommandant. Na, ob der wegkommt, ist die Frage. Sieht aber so aus. Einstatt, der Anstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ich finde den Kostura-Sprengkopf gar nicht so schlimm. Um den Angriff einzuleiten, ist er gut. Aber ansonsten, finde ich den nicht so super. Unser Planet wird belagert. Wow. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Ihre Befehle, Kommandant. Oh, der Titan, der verreckt. Gleich haben wir ihn. Ja, der ist weg. Den zerlegt sie jetzt. Die totale Zerböselung und Schluss. Sehr schön. So muss das. So und nicht anders. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Das ist ja nach wie vor relativ egal hier. Alle Geschütze bereit. Was haben wir denn da? Kolonialkreuzer. Leichter Träger. Ich muss die mal zusammenführen. Das geht so nicht. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Nicht ausreichende Metalle. So. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Passt. So, jetzt ein Planet nach dem anderen hier befrieden, sag ich mal. Ihre Befehle, Kommandant. Ja, passt. Ich werde nicht versagt. Wir sind bereit. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Das wird unsere Grabenstunde. Genau, die greifen da weiterhin an. Bereit für die vorderste Front. Ich würde sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Zwar langsam für uns, ne? Und da oben muss ich halt weiterhin ausbilden. Da hat es der Konstruktionskreuzer, das schaut auch gut aus. Die Aufklärer-Fregatte ist unterwegs. Ja, das ist das Beste, das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wir haben den Hauptplaneten eines Gegners ausgelöscht. Oh, sch- Ach, das war ein Hauptplanet. Nett. Tja, muss er wohl neun Hauptplaneten bauen. Fahren Sie vor Techcom. Hm, warum auch immer das hier Bomberstaffeln hat. Geschwaderführer hier. Wir sind wohl nicht mitgekommen. Verstanden. Wenden und Enden. Verstanden. Wenden und Enden. Naja. Nicht der beste Spruch, aber es passt. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Der Planet ist mir jetzt ziemlich egal. Derzeit. Das wird sich später ändern, wenn ich dann richtig drauf haue. Aber erst mal ist dem jetzt ziemlich egal. Nicht ausreichende Metalle. Wohin jetzt? Hat der Planet eine Summe Drohung? Erwing zur Verfügung. Ne. Beziehungsweise der Weltraummüll. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Was wollen Sie wissen? Genau, Sprungantrieb vorwärts. Phasensprung auf mein Signal. Und Thuras... Ne. Tras... Tras... Trasimede... Trasimede werden jetzt auch wegkommen. So. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Planeten verloren. Wie gesagt, das war mir jetzt ziemlich egal. Wichtig ist jetzt hier die Piratenbasis. Ah, kaputt. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Aber das sehen wir gleich, ob die wirklich zerstört wurde. Wir hatten zwar noch Piraten, aber das war es dann auch schon. Genau, schön auf Englisch. Okay. Das schaut doch ganz gut aus. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020